Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Asphalt Legends Unite. Und ich starte hier auch direkt eine Runde rein, denn ich will gar keine Zeit verlieren. Ähm, ja, das wollte ich sagen. Wir haben diesmal wieder ein anderes Auto, denn ich hab den mal ein bisschen geiler gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das auch sehen kann, dass der irgendwie schneller ist. Aber er ist auf jeden Fall schnell. Also mal gucken, wie es mit dem so abgeht. Ähm, ja, alles klar, ich bin einfach so weit gekommen. Warum bin ich jetzt letzter? Okay, ich fahre hier auch mal nach hier lang. So. Ach, ich muss das Rennen ja gewinnen. Glaube ich, oder? Das ist denn das nicht gar nicht. Ja, Mann. Komm schon, komm schon. Nicht auf Eis fahren. Na, das wird schon wieder nichts. Der ist unten viel zu schnell. Meine Güte, ich kriege dieses blöde Level nicht hin. Okay, Leute, wir müssen uns jetzt richtig konzentrieren. Okay. So. Konzentration. Einfordern. Was habe ich jetzt bekommen? Ich habe es auch schon eingefordert. So, nochmal. Warte mal, habe ich mit dem tatsächlich mehr? Also einen höheren Rang als mit dem anderen Fahrzeug. Deswegen nehme ich nämlich den, weil ich habe bei dem auch den zweiten Stern freigeschaltet. Und, ähm, ja. Hä. Das schmeckt. So. Ja, ich weiß, dass ich das Rennen gewinnen soll. Okay, so. Jetzt müssen wir uns geiler anstrengen. Okay, so. Ja. Das war auf jeden Fall von den Scheißen. Okay, okay. Oh, wie hoch fliegt. In der Luft habe ich ihn getroffen. Oh ja, der bleibt hier. Oh, meine Fresse. Ja, natürlich, Junge. Ey, das ist doch zum... Das ist echt, das ist echt zum Kackengrad gewesen. Komm, bitte. Aber warum lagst du jetzt? Das ist echt still. Boah, das war knapp. Komm, komm, komm. Gas. Gummie, gib Gummie. Okay, 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 okay. Ich glaube, jetzt kannst du das lernen. Ja. Ah, und rein da. Endlich habe ich diese Kackaufgabe geschaffen. Meine Güte. Da haben wir auch jetzt lecker Münzen bekommen. Okay, so. Weiter geht's. Ah, 811 ist empfohlen. Ich habe aber tatsächlich mehr. Da soll ich auch wieder dieses Rennen gewinnen. Nee, ich habe jetzt schon kein... Ben in die Herausforderung und Saison aktivieren. Gewinne das Rennen. Ja, das sollte eben machbar sein. Hoffe ich. Wieder gewinnen. Vor allem haben die hier einen Lambo alle. Ja, ich bin jetzt schon übelst lahm. Ja. 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 hier machen. Au. So. Irgendwie hier rechts. Scheiße, hab ich nicht gesehen. Na, ich glaub ich werd überholt. Oh, nein. Ich glaub, das Ziel kommt hier gleich. Ah, ne, 83. Okay. Ich glaub, das Ziel kommt hier gleich. Ah, ne, 83. Okay. Bitte. Oh, Mann, ey. Ne, das wird jetzt schon wieder nichts, weil die hier alle wieder zu weit vorne kommen. Komm, 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 komm. Ja. Boah. Boah, da war das knapp, Alter. Es war grad so knapp. Es war so knapp. Boah. Ich hab's geschafft. Endlich. Und ein Abzeichen bekommen. Glück und stolz, diese Belohnung erhalten. Ja, eine Belohnung baue ich gerade nicht. So. Okay, das letzte Level. Okay. Da soll ich auch das Rennen gewinnen. Ey, Bruder, ich soll jedes Rennen gewinnen. Na. Oh. Das ist das. Okay. Okay. Ja, ich beschleunige. Kacke. Boah. Der war Kki. Der war scheiße. Okay. Ähm. Ja, gut. Jetzt bin ich halt hier unten. Ne? Ah. So. Das ist jetzt hier eine komplett andere Strecke, die ich fahr. Yo, wie geht's denn jetzt? Ja. So. Das ist jetzt hier. Ah, komm, komm, komm. Gummi. Warum respawnt der mich 50 Jahre später, Alter? Ja, ich bin wieder Letzter. Ey, ich war Erster. Ich war Erster. Position Erster, okay. Ah, okay. Ja, ich werde eh gleich wieder Letzter. Okay, ich bin jetzt gerade Erster. Okay. Okay, okay, okay. Ja, geschafft. Bam. Leute, wir haben Ende diese Level, die ich hier geschafft. Meine Güte. Letz go. Stark. Oh, ist die Season beendet. Ja. Let's go. Let's go. Nächste Saison. Oder Season. Ich nenne das immer Season. Warum kann ich jetzt hier nur diesen Dings fahren? Den Dolly, das Dolly Ding hier? Hä, warum kann ich jetzt hier nur dieses Ding fahren? Egal, er ist auf 690. Aber das schicke ich schon wieder nicht. Ja, ich soll auch wieder das Rennen gewinnen. Natürlich. Ah, jetzt muss ich wieder so ein Kratz-Auto fahren. Will ja mir alle aber nur BMW. Okay. Ja. 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 Okay. Okay, das war jetzt ein einfaches Level, Leute, ich würde auch sagen, das war's mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da, schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der unten in der Videobeschreibung verlinkt, aktiviert die Glocke damit ihr kein Video mehr verpasst, habt einen Traum auf den Tag, haut rein und es ist euer Samstag, tschau. ARD Text im Auftrag von Funk